Ich bin Handwerker geworden, weil Handwerk für mich goldenen Boden hat, mehr denn je. Es werden immer mehr Handwerker gesucht und Fachpersonal und hier versuchen wir unseren Anteil beizutragen. Hallo, ich bin Daniel Vogel, Inhabbar der Zimmerei Daniel Vogel. Wir arbeiten hier in Alldorf und im Bereich Südliche Weinstraße. Wir sind ein kleines, mittelständisches Unternehmen. Unser Aufgabenspektrum befindet sich im Sanieren alter Dachstühle, im Neubau Holzrahmenbau und Spenglerarbeiten. In der Zimmerei Vogel zu arbeiten bedeutet in einem jungen Team zu agieren und ständig wechselnde Aufgabenbereiche zu haben. Wir setzen auf Altbewährtes und neue Techniken. Seit letztem Jahr nutzen wir neue Technik, um Dachvermessungen durchzuführen. Hierzu haben wir eine Drohne, mit dieser wir das Dach befliegen. Die Daten, die wir auf der Baustelle sammeln, werden auf eine Plattform hochgeladen und dort zu einem 3D-Modell hinzugefügt. Darin können wir dann Maße nehmen und somit unser Angebot erstellen. Meiner Meinung nach sollten junge Menschen mehr ins Handwerk gehen, um einfach auch persönlich wachsen zu können und Perspektiven zu haben. Es gibt nichts Schöneres wie der Moment, wenn eine Baustelle beendet ist und man sieht, was man mit seinen eigenen Händen gearbeitet hat oder was man erschaffen hat für die Zukunft und eventuell für die Ewigkeit. Die Welt war noch nie so unfertig. Hierzu tragen wir unseren Teil bei und packen mit an. Okay. Bye. 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 Bye.